Nach mehr als 60 Todesopfern im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Odenwald ist bei der Staatsanwaltschaft in Darmstadt eine anonyme Strafanzeige eingegangen. Sie richtet sich gegen den Landrat des Odenwaldkreises, Frank Matthiaske. HR-Reporterin Stefanie Oemisch im Odenwald, was soll der Landrat denn falsch gemacht haben? In der Anzeige heißt es, der Landrat hätte die Bürger gefährdet, weil er nicht genau bekannt gegeben habe, in welchen Orten im Odenwaldkreis Corona-Infizierte leben. Matthiaske sagt aber, er habe gezielt vermieden, die Wohnorte zu veröffentlichen, nachdem es persönliche Anfeindungen gegen Odenwälder gegeben hatte, die am Coronavirus erkrankt waren. Außerdem meint er, man müsse sich generell vorsichtig verhalten, egal ob man gerade in einem Ort sei, in dem Infizierte leben oder nicht. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt prüft jetzt die Anzeige.